Ja, wurde gesagt. Wir haben jetzt beim Südspiel Na geh bald! Das war auch was! Kann er da wischen? Ja! Und da kommt sowieso raus, oder wie? Ja! Da fragst du ja! Was sagst du jetzt ein bisschen wie? Ja auch nicht! Na geh! So eine Frechheit, wo wir hier besser hingen! Ich habe nicht gefordert! Ah ja! Wie ist das? Ich habe nicht gefordert! Oh ja! Ich blöcke da einfach quick! Vielen Dank. 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 Okay, kurz. Kurz. Das geht nicht besser. Na, okay, bokeh der Hübi da. das geht schon weiter sind wir gut dabei Ballbesitz passt besser passt die Bewertung vom Trainer gefällt mir nicht der Sicht ist zu eng die Bewertung vom Trainer gefällt mir nicht wird verabschiedet und die Bewertung von der Bewertung wird mit dem Trainer verabschiedet und der Bewertung wird mit dem Trainer Untertitelung des ZDF, 2020 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 oh tut mir leid geht schon also den kann man schon mal machen ja oh jetzt tun wir da wechseln wie viel muss ich bei dem Außenrissschuss kommt es ja wirklich nur aufs Timing an dass du ihn richtig erwischt bestimmt ja dann ist er unhaltbar natürlich bei 0-0 ist eine Gefahr auch du kannst den Gegner auch auf eine Idee bringen mit dem Schuss so Und durch. Schön. Was? Pass auf, jetzt spüle ich auf dem Pot da hinten, ja? Vorher von dem nachher. Der rechts hinten. Scheiße. Das ist ein Fosche. Obhättiger glieg mit meine Korne. Der ist hängen geblieben, der scheiß Knopf. Der ist voll hängen geblieben. 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 Der war mit dem Aufstieg. Und jetzt kommt der Titel. Ich war Club-Profi. Das war die Pflicht, jetzt kommt die Tür. Genau. Ich war Club-Profi.